Gut, ja, einen wunderschönen Freitag. Für die einen ist er vielleicht frei von der Arbeit und er, sie ist aus freien Stücken heute hier. Andere sind zwar in der Arbeit, aber dürfen heute sich den Vormittag frei von der üblichen Arbeit nehmen und dürfen sich heute ein wenig von mir weiterbilden lassen und vielleicht auch inspirieren lassen. Ja, genau. In diesen folgenden 45 Minuten darf ich meine Freiheit nutzen, um euch zu inspirieren und euch vielleicht auch so das eine oder andere Tool mitgeben, um euer Leben leichter machen zu können. Immerhin heißt das Thema, wie der Johannes ja schon gesagt hat, Ziele sind Überschriften in deinem persönlichen Book of Life. Beziehungsweise, ich ergänze das in dieser Art und Weise natürlich gern, Leben besteht aus verpassten, wahrgenommenen und bewusst nicht wahrgenommenen Gelegenheiten. Warum darf dies im Gesamten für euch wichtig sein? Naja, damit ihr im Berufsalltag als Jugendarbeiter, als Sozialarbeiter den Weg bei der Begleitung eurer Klienten wieder leichter findet und vielleicht auch mehr euer Herz dementsprechend wieder in den Vordergrund rücken könnt. Wie machen wir das? Nachdem wir zwar live, aber dennoch nur online live sind, verzichte ich auf den digitalen Krims-Krams, den wir sonst haben, auf Multimedia, keine Videos, keine Powerpoints, keine hochstilisierten Photoshop-Fotos, sonst gibt es mich dafür mit Haut und Haaren, mit echter originaler Lockdown-Frisur. Die Friseure haben, wie wir alle wissen, leider ja noch immer zu. Das eine oder andere Mitmachding an Aktivitäten darf ich euch dennoch anbieten. Dann ungefähr nach 25 Minuten, 30 Minuten werden wir eine kleine Workshop-artige Gedankenexperiment-Spielerei gemeinsam absolvieren und im finalen Höhepunkt nach 45 Minuten habe ich dann auch die Möglichkeit für euch eines der vier Bücher, die ich hier liegen habe, auch mit einem kleinen Gewinnspiel zu verlosen. Also nicht um 19, 90, auch nicht um 15, nicht um 10, auch nicht um 5, sondern gratis, aber nicht umsonst. Einmal in meinem Leben wollte ich das gesagt haben. Also bleibt dran. Gut, vermutlich habt ihr auch schon gemerkt, dass ich euch duze. Naja, vor 25 Jahren war ich noch mit dem Logomobil auf den steirischen Straßen unterwegs und habe Jugendliche informiert über diverse Themen des Lebens. Vor 20 Jahren war ich noch als Streetworker in der Oststeiermark aktiv. Mittlerweile bin ich in einem Krisenzentrum tätig, in einem Turnusbetrieb und eben als Supervisor für Blaulicht-Organisationen und für Social Profit-Organisationen. Aus dem Hintergrund teile ich gern das freundschaftliche Du mit euch. Ich hoffe, es ist okay. Mein Name ist Jaklitsch Schomas und ich freue mich auf den heutigen persönlichen Tag mit euch als Thomas zu teilen. Gut, warum bin ich heute vielleicht auch hier? Ich habe mittlerweile eben 25 Jahre Expertise im Coaching, im Mentaltraining mit unterschiedlichsten Menschen, die man kennt aus Film, Funk und Fernsehen. Primär nach außen in die Öffentlichkeit gegangen bin ich meistens mit meinen Langstrecken-Radsport-Sportlern, vor allem mit dem König der Langdistanz, wie er so schön genannt wird, der Christoph Strasser, mittlerweile sechsfacher Race-Across-Amerikasieger, der erste und einzige Mensch der Welt, der über 1000 Kilometer in 24 Stunden auf dem Fahrrad zurückgelegt hat. Das hat er heuer im August am Fliegerhorst in Spielberg absolviert. Unglaubliche Aktivität, die er dort geleistet hat. Eine andere Seite, die ich hier auch vielleicht noch anmerken darf. Ich bin ja diesbezüglich auch etwas anders als die anderen. Also so sehr ich Diversität liebe in meinem Privatleben, bin ich ja seit fast 22 Jahren verheiratet. Das ist ja heutzutage eher etwas Außergewöhnliches und habe noch dazu drei Kinder. Jetzt kommt erst das Außergewöhnliche. Diese drei Kinder sind alle mit der gleichen Frau. Also Diversität ist heuer oder heutzutage sehr hoch bewertet. In meiner Art und Weise ist es in meiner Wertstabilität aber noch etwas anders zu sehen. Warum das vielleicht auch für euch wichtig sein kann, das werdet ihr heute auch noch in der einen oder anderen Übung miterleben dürfen. Im Jänner durfte ich bereits meiner Zeit voraus sein und eine Booster-Impfung für die steirischen Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen anbieten. Nämlich ich durfte einen Motivationsbooster anbieten. Ich durfte im Jänner bereits eineinhalb Stunden über das Thema Ziele, Ziele setzen, Smart-Ziele und auch eine Installation, wie man das Unbewusste gut mit hernimmt, um in seinen Wegen zum Ziel auch alle Sinne gut mit auf den Weg nehmen zu können. Die gute Nachricht ist, man kann das Ganze auf YouTube in der Logoseite auch nachhören, nachschauen, nachlesen. Und das ist vielleicht auch einer der Mitgründe, warum ich heute hier widersprechen darf. Ich danke diesbezüglich auch für die Resonanz, die ich im Jänner erfahren durfte über E-Mails und auch vielleicht über die eine oder andere Buchbestellung, die ich widmen durfte. Auch das ist heute hier natürlich auch wieder möglich. In diesem Motivationsbooster im Jänner durfte ich solche Dinge erzählen wie Motivation ist das Ergebnis von entsprechenden Zielen. Oder wie es Ephraim Lessing gesagt hat, der Langsamste, der sein Ziel kennt, geht noch immer geschwinder als derjenige, der ohne Ziel herumirrt. Und ich glaube persönlich, dass dies grundsätzlich alles richtig ist. Seit über 20 Jahren arbeite ich genau mit diesen Ansätzen aus diesen bestimmten deterministischen Zielmodellen. Die sind in Raum und Zeit in einer bestimmten Art und Weise verortet, überprüfbar, messbar. Genau aus dem Hintergrund war ich dann, weil ich diese Zielmodelle genutzt habe, mit vielen meiner Sportlern in diversen Gegenden dieser Welt. Vor allem aber auch immer wieder in den Vereinigten Staaten. Ich durfte dort eben besagten Christoph Strasser mehrfach beim Race Across America begleiten. Ich war dort auch bei der 24-Stunden-Weltmeisterschaft. Und auch dieses Bild, das man hinter mir momentan sieht, ist ein Abbild quasi von meinem Geburtstagsausflug zu meinem 40er, ist auch schon eine Zeit lang her, zeigt mich mitten in der Wüste von Kalifornien. Beim Rennen Race Across the West ist der kleine Bruder quasi des Race Across Amerikas. Das heißt, ich darf, wie es eine große Tageszeitung einmal über mich gesagt hat, nicht nur gescheit reden. Ich darf auch genau das umsetzen, wovon ich spreche. Mit über 20 Jahren Erfahrung aus diesem Langstrecken-Radsportbereich kenne ich natürlich diese Verpflichtungen, die man auch in solchen Sportarten auf sich nehmen muss und auch die Risiken sehr gut. Um an meiner Vorrednerin zum Beispiel auch anknüpfen zu können bezüglich Ernährung und Leistungsvermögen und Body Mass Index, ich verzichte dementsprechend heute auf Charts und sonstige Bereiche. Aber eine Anmerkung zu der wirklich großartig gemachten Vortragseinheit, ohne Mampf kein Kampf. Das gilt im Wettkampf, im Spitzensport, wie auch natürlich im normalen Leben. Ohne Mampf kein Kampf, merkt sich das, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Normalerweise, wenn ich über Neurobiologie rede, frage ich immer, wie funktioniert unser Gehirn? Dann warte ich kurz im Moment, dann sage ich, wir wissen es nicht, aber funktionieren tut unser Gehirn eigentlich nur über Kohlenhydrate. Das heißt, ganz wichtig, ohne Mampf kein Kampf. Gut. In diesen Zeiten, wo ich in den USA unterwegs war, durfte ich unterschiedliche Bundesstaaten kennenlernen. Gerade bei diesem Foto, das man da hinter mir auch sieht, bei diesem Razorcross der West, da bin ich von dem Surferparadies Oceanside an der kalifornischen Küste über die Wüste nach Arizona, von Arizona dann ins heilige Land der Indianer, noch ins Monument Valley unterwegs gewesen und dann über die Berge, in die Berge nach Colorado in das berühmt-berüchtigte Film-Örtchen Durango gefahren. Und auch in der Begleitung von diversen Athleten und auch in diesen Aufenthalten in Amerika habe ich eines immer wieder kennenlernen dürfen, diese amerikanische Grundhaltung, dieses Act on it, dieses Go for it, dieses Positivismus. Wir reden hier von einem Land, unabhängig von politischen Aspekten und auch von sonstigen Aspekten der Umweltverschmutzung oder sonstigen Arealen und Bereichen, die vielleicht nicht ganz ideal sind. Aber in der amerikanischen Verfassung ist bereits festgelegt, diesen Zugang, diesen positiven Zugang, dieses Act on it, nämlich das Streben nach Glück, the pursuit of happiness, ist im Alltag der Amerikaner gut merkbar. Wenn man Zeit in Amerika verbringt, merkt man diesen positiven Zugang und dieses Recht darauf, glücklich zu sein und alles auch tun zu können, um dieses Glück zu erleben, ein Lebensglück zu erleben, natürlich in jeder Sekunde, in jeder Minute des Daseins. Das Spannende dabei ist auch, dass ich glaube, diese Welle in einer anderen Art und Weise auch zu uns nach Europa herübergeschwappt ist. Und auch wir haben diese Streben nach Glück mittlerweile nach den harten und traurigen Jahren des Ersten, Zweiten Weltkriegs, des Zwischenkriegs seit der Auswanderung von diversen Menschen mittlerweile auch für uns inkorporiert. Das heißt, auch in unserer Arbeit ist natürlich dieses Streben nach Glück mittlerweile überall positioniert. Mittlerweile hat man aber leider, oder habe ich den Eindruck, es hat sich gewandelt von einem Pursuit of Happiness in ein Happiness of Pursuit. Das heißt, wir erreichen durch das Streben letztlich das Glück. Das heißt, in dieser Art und Weise, wo wir die absolute Zielerreichung in jeder Lebensphase, in jedem Element, Zielkataloge, messbar in Ort und Raum und Zeit definieren, torpedieren wir aber genau diesen Grundansatz, nämlich diese Streben nach Glück als oberstes Lebensprinzip, das Leben an sich, als Leben zu leben, umsetzen zu können. Für mich ganz aktuell immer wieder merkbar, es gibt kaum mehr Jugendarbeit, die ohne smarte Ziele funktioniert. Es gibt kaum mehr eine Beratung, die nicht in einer bestimmten Art und Weise eine Lösungs- oder eine Zielorientierung hat. Bitte versteht mich nicht falsch. Ziele sind wichtig, Ziele sind richtig und sind auch kein Widerspruch zu dem, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Die Frage ist nur grundsätzlich die Frage, die mein Sohn diese Woche mir gestellt hat. Mein Sohn hat, es gibt auch ganz normale Verkühlungen, eine Angina gehabt diese Woche und ist diese Woche zu Hause geblieben. Ich spreche hier von meinem Jüngsten, von meinem 13-Jährigen und David hat mir die Frage gestellt, was ich denke, wie er wohl leben würde, wenn er in einer Reisfarm in China aufgewachsen werde oder in einer Bananenplantage in Afrika oder in einer Plantage in Südamerika. Und ich ihm sagen musste, puh, schwer zu sagen. Also ich konnte ihm nicht wirklich eine Antwort geben. Aber mein erster Impuls, ihm zu sagen, war wahrscheinlich, dass die Optionsvielfalt, die Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Wahl, die er bei uns im Alltag erlebt, wahrscheinlich eine andere ist wie die, die, wenn er als Junge auf einer Reisfarm in China aufgewachsen wäre oder irgendwo in Afrika. Ich durfte ihm eine Analogie aus meiner Erlebenszeit erzählen. Mein Großvater, mittlerweile verstorben, ist vor 105 Jahren geboren worden. Mein Großvater ist eigentlich hier in unserem Umfeld in der Steiermark aufgewachsen, ging hier in die Schule, musste aber die Schule beenden, weil seine Eltern sich das Schulgeld für die höhere Schule nicht leisten konnten. Fernsehen, Telefon waren ihm eigentlich ein Fremdwort. Die einzig große Reise, die er in seinem Leben machte, war der Krieg. Ob er nach Russland wollte, ich glaube nicht, dass er gefragt wurde. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, nur zwei Generationen danach, ich konnte Schwarz-Weiß fernsehen, und wir hatten auch ein Telefon. Dieses Telefon war ein Viertel-Telefon, das heißt, wir teilten uns in unserer Gasse, in unserer Sackgasse, einen Telefonanschluss auf vier Haushalte. Später, ich war ungefähr zwölf Jahre alt, 13 Jahre alt, ziemlich genau das Alter meines Sohnes jetzt, begann plötzlich Wahlfreiheit in meinem Leben einzuziehen. Mein Vater kaufte einen Videorekorder und wechselte quasi mich als Fernbedienung zwischen laut und leiser und Fernsehprogramm wechseln auf eine richtige Fernbedienung und auf einen Farbfernseher. Das heißt, meine Option, Möglichkeiten zu positionieren, Möglichkeiten, selbst zu entscheiden, wann schaue ich ein Programm und welches Programm begann bei mir zu wachsen. Auch Urlaube waren in meiner Kindheit schon ein Thema. Jedes Jahr im Sommer fuhr meine Familie mit Sack und Back an die üblichen Strände, die man halt so kennt in Italien. Einmal Lignano, einmal Bibione, einmal Jesolo. Mein Sohn hingegen hat mittlerweile die Wahl zwischen gefühlt ungefähr tausenden Kanälen im Satellitenfernsehen, unzähligen Serienfilmen auf Netflix, Disney Plus und Amazon Prime. Von der Vielfalt an Musikvideos, die wir noch im Wurlitzer kannten, bei der berühmt-berüchtigten Fernsehsendung, von Dokus, die in Echtzeit auf YouTube, auf Vimeo vorhanden sind, ganz zu schweigen. Sein Telefon ist mittlerweile ein Mikrocomputer, der wahrscheinlich von der Leistungsfähigkeit mehr kann, als die Computer die verwendet worden sind bei der ersten Mondlandung. Er selber nutzt dieses Smartphone, dieses Handy mit einer Flatrate mit weit über tausenden Minuten, wo er telefonieren könnte, aber eigentlich nicht telefoniert, weil er lieber bei WhatsApp und sonstigen Kommunikationsmöglichkeiten mit anderen in Kontakt tritt. Mein Sohn ist mittlerweile über sein Handy, über das Internet und über diverse Spieleplattformen mit Menschen aus der ganzen Welt vernetzt, hat live und real mit Auto, Bus, Zug, Flugzeug alle Nachbarländer Österreich besucht, war mittlerweile auch natürlich in Frankreich, in Spanien, in Gibraltar. Das heißt, was ich hiermit auch noch einmal aufzeigen wollte und will, es gibt heute für Kinder und Jugendliche ein Ungleich mehr an Lebensstandard, Ungleich mehr an Wissen und Ungleich mehr an Möglichkeiten. Doch, ich gebe zu bedenken, dass gerade bei uns als Jugendarbeiter dieses Verständnis da sein muss, dass diese Möglichkeit nicht nur eine Wahlfreiheit bedeutet, sondern es ist mittlerweile ein frühkindlicher Wettbewerb, ein Wahlzwang. Durch diese enormen Zunahmen an Möglichkeiten, an Optionen gibt es ja kaum mehr Normalbiografien, sondern nur mehr Wahlbiografien. Also erfinde dich selbst jeden Tag aufs Neue. Ein alter, weiser Spruch tritt gerade jetzt in Zeiten, wo eigentlich eine Kommunikation untereinander aufgrund dieser pandemischen Struktur immer schlechter und schwieriger ist, natürlich in dieser hochstilisierten Multimedia-Welt immer mehr zu Tage. Das heißt, wir wählen aus diesen großen Lebensmöglichkeiten und letztlich müssen wir wählen. Das heißt, wir sind quasi gezwungen, uns selbst zu verwirklichen. Robbie Williams, berüchtigter Sänger damals von Take That, also Let me entertain you. Also jemanden zu unterhalten, jemanden in gute Zustände zu bringen, das war damals schon das Motto dieser großartigen oder dieses großartigen Künstlers, der, glaube ich, der berühmteste und erfolgreichste britische Sänger, Solosänger und Solokünstler in der Geschichte ist, der an einem Tag 1,6 Millionen Tickets an Eintrittskarten verkauft hat. An einem Tag 1,6 Millionen Tickets. Muss man mal schaffen. Und gerade dieser Superstar hat eine, finde ich, recht gute Aussage getätigt. Er hat nämlich gesagt, die Liebe meines Lebens sitzt vermutlich an irgendeiner Supermarktkasse und weiß noch gar nicht, wie sehr ich sie liebe. Das heißt, die Sehnsucht nach einer Normalität, nach einfach nicht immer außergewöhnlich zu sein, ist bei Superstars natürlich aufgrund diesen enormen Mediendrucks nachvollziehbar. Dies führt aber letztendlich auch für uns Normalbürger natürlich auch in einen Zustand, wo wir uns ständig natürlich nicht nur selbst erfinden müssen, sondern auch natürlich als Paradigma unserer Bildungsstrukturen haben wir Wahlfreiheiten geschaffen. Wer keine Wahl hat, kann sich natürlich nicht selbst verwirklichen. Wer aber sich dagegen verwirklichen muss, wer diese großen Ziele, schaut euch diesen Motivationsbooster vom Jänner noch einmal an, auch wirklich umsetzen möchte, der kann auf diese Wahl nicht mehr verzichten. Und das bringt uns natürlich in der Jugendarbeit in ein riesiges Dilemma, weil diese Streben nach Glück führt eben zu dieser genannten Umdrehung. Wir streben nicht nach Glück, sondern wir erleben Glück, weil wir nach etwas streben. Das Tun der Zielerreichung und die Menge an Zielen nimmt überhand bei allen Tätigkeiten in allen Lebensbereichen unserer Biografie. Das heißt, ich deute quasi die Sehnsucht oder ich deute die Frage meines Sohnes als leichte Sehnsucht nach einer einfachen Welt, in der wir leben, die weg ist von Homeschooling, die weg ist von diesen Multimedia Influencer, Sondern die Normalität in den Vordergrund rücken kann, weil genau diese hochstilisierte Multimedia-Welt oft wenig von der Realität an sich, wie wir sie wahrscheinlich im Alltag eigentlich erleben könnten, zu tun hat. Das ist so ähnlich wie kein Sexualpartner der Welt das Versprechen einhalten kann, das die Porno-Industrie gibt. Wer glaubt, dass es diese Normalität wird genau diese Enttäuschung in seinem realen Leben erleben. Fortführen können wir das genau mit dieser eigentlich grundsätzlich gut gemeinten Frage, nämlich mit dieser gut gemeinten Frage, wenn wir Kinder fragen, ja, was möchtest du denn eigentlich gern werden? Grundsätzlich gut gemeinte Frage, aber eigentlich ist sie fatal, weil es suggeriert dem Kind, es suggeriert dem Jugendlichen, dass das, was er momentan ist, eigentlich nicht genügt. Es reicht das Jetzt, es reicht das Hier Angekommen Sein nicht. Also, und das hat nicht nur eine leichte Folge, sondern das hat eine riesige Folge, weil immerhin heißt es ja bei uns im Buch der Bücher, werdet wie die Kinder, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und möglicherweise wenn man diesen neuropiologischen Aspekt mit herein nimmt, dass Kinder im Alter von fünf bis sechs bis sieben Jahren primär im niederfrequenten Hirnwellenbereich unterwegs sind. Das heißt, niederfrequente Hirnwellen von sieben bis vierzehn Hertz, sogenannte Alpha-Wellenbereich. Das ist dieser Bereich, wo wir besonders gut lernen können und aber auch, gerade weil wir auch so gut lernen können und weil wir sehr entspannt sind, uns deswegen auch eine bestimmte Neugierde erhalten. eine Neugierde erhalten, Dinge zu lernen und auch das Spiel des Spielen Willens spielen. Etwas, was wir im Alltag oft leider schon verloren haben, ein Spiel des Spielen Willens zu spielen, sondern wir wollen gewinnen. Und das ist natürlich auch genau diese Krux im Leistungssport, im Spitzensport, aber natürlich auch das Einfache daran. Weil in dem Moment, wo Raum und Zeit definiert ist, kann ich mit meinen smarten Zielformulierungen diesen Haken darunter setzen. Im Spiel des Lebens gibt es diesen Haken nicht. Du kannst das Spiel des Lebens nicht gewinnen, du kannst das Spiel des Lebens nur spielen. Und gerade weil eben dieses absolut gültige Ziel nicht da ist, möchte ich euch auch eines sagen und das ist gerade in jetziger Zeit natürlich keine Neuigkeit. Das letzte Hemd, das hat keine Tasche. Memento more. Bedenke, dass du sterblich bist, heißt dieses lateinische Bomo. Und das flüsterten die Sklaven den erfolgreichen Triumphatoren, wenn sie von großen Feldzügen in Rom einmarschiert sind, diesen Kaisern, diesen Kriegsherren quasi ins Ohr, während tausende Menschen sie in Rom zujubelten, damit Memento mori, sie daran denken, dass sie sterblich sind, dass es noch nicht jetzt die Erhöhung zu einer Gottheit kommt, sondern das eben dieses Vanitas, diese Vergänglichkeit des Lebens einfach immer auch der Bestandteil unseres Lebens ist. Denn man wusste auch damals natürlich schon, dass wahrer Reichtum letztlich nicht von außen funktioniert. Von wahrer Reichtum, wahres Gewinnen, wahres Wachsen entsteht letztlich im Inneren von einem Selbst. Wer vielleicht den einen oder anderen Vortrag von mir schon gehört hat, denkt sich jetzt, das ist aber sehr widersprüchlich zu dem, was ich gesagt habe, bisher. Wer auch vielleicht meine Bücher schon gelesen hat, denkt sich das vielleicht auch, ich möchte es ein wenig korrigieren. Ich werde oft angekündigt nach dem Motto, der Zufall ist planbar oder wer steuert deinen Bus, wie kannst du Kontrolle bezüglich auch aktiv produziert und gemacht habe. Das Leben besteht letztlich immer aus verpassten, aus wahrgenommenen und nicht wahrgenommenen Gelegenheiten. Dabei müssen wir lernen, zwischen Zielen, klassisch in unseren Zielformularen und Zielplanungen, die wir kennen, zwischen Missionen oder sogar Lebensvisionen oder Lebensträumen zu unterscheiden. Und in eine dieser scheinbar verpassten Gelegenheiten möchte ich euch mitnehmen. Für die anderen, die das kennen, die haben es bereits erkannt und für die einen, die das nicht kennen, ist es einfach nur Cringe, was ich gerade gemacht habe. Das ist Titel, dieser berühmte Titel eines Titelsongs geschrieben von Ennio Merricone in einem Western namens The Good, The Bad and the Ugly. Und es ist Teil einer Trilogie, wo Sergio Leone quasi drei große Filme gedreht hat, mit Levan Cleave, Clint Eastwood und Ellie Wallach in der Hauptrolle und in diesem berühmt-berüchtigten Film The Good, The Bad and the Ugly durfte ich dementsprechend als junger Mann, also diejenigen, die heute aufpasst haben, haben schon gehört, 1966 wurde dieser Film gedreht und mein älterer Bruder hat eben unseren Videorekorder zum richtigen Zeitpunkt programmiert und ich durfte den dann ungefähr mit zwölf Jahren sehen und er hat mich massiv beeindruckt und vor allem hat es mich massiv beeindruckt, dass im Original The Good, The Bad and the Ugly gestanden ist, also eine Fremdzuschreibung einer Identitätsrolle, einer Ausfüllung von Identitäten, also der Gute zu sein, der Böse zu sein und vielleicht der Hässliche zu sein und in der deutschen Übersetzung wurde aus dieser Triade plötzlich zwei glorreiche Halunken. Also so schnell hat noch nie einer Identität verloren. Noch dazu auch die Frage, der es übersetzt hat, wer von den Ganzen wurde glorifiziert, also in eine rumreiche Höhe gebracht und wer ist komplett weggekommen. Naja, übrigens dieses Bild, das ihr da im Hintergrund jetzt seht, es hat einen Wechsel gegeben, also durch diesen Aaaaaa hat sich auch anscheinend unser Tontechniker geschreckt und hat gleich auf ein anderes Bild gewechselt. Dieses Bild, was man da sieht, ist aber keine Nachtaufnahme einer Feldstraße, sondern das ist mit einem Handyfoto geschossen, ich gehe ein bisschen so auf die Seiten, dann sieht man es ein bisschen besser, das ist ein Tunnel, ha, danke an die Regie, ich trete schon wieder ein, das ist ein Tunnel und dieser Tunnel ist genau unter dem Fösen von Gibraltar. Also Gibraltar, wer es weiß, geografisch gesehen, ist ja einer der südlichsten Bereiche Europas, oben sind die offen und durch diesen Tunnel fährt der Off gerade durch, ich bin 2018 quer durch Europa gefahren, das Race Across Europe, das war die Europameisterschaft, ein 4700 Kilometer langes Rennen mit 60.000 Höhenmeter und bevor man dort ins Ziel fährt, muss man einmal durch diesen ganzen Fösen von Gibraltar durch und dann landet man quasi auf der anderen Seite und sieht mehr oder weniger über das Meer, 35 Kilometer nach Afrika, also genauer gesagt nach Marokko. Und das Spannende ist, eigentlich stellt man sich das Finale von etwas immer ganz großartig vor. Da fährt man schon 4.700 Kilometer und erlebt diverse Gefährlichkeiten und Situationen und glaubt, man hat das Schlimmste schon überstanden und dann ist man wirklich wenige Meter vor dem Ziel und dann lebt man sowas. Also ein dunkler Tunnel, der ausschaut wie eine Feldstraße, mit Löchern im Boden haben mich dort begrüßt und haben mich auf die letzten Meter bis ins Ziel noch begleiten dürfen. Warum ich überhaupt dort hingekommen bin, warum ich heute euch dieses Foto überhaupt zeigen habe können, werde ich euch heute auch noch auflösen. Nämlich in einer dieser scheinbaren verpassten Gelegenheiten würde ich euch gerne mitnehmen. Wir schreiben das Jahr 2013, es ist Herbst, genau gesagt, September, Oktober, Irland. Irland, das Land der Kobolde, grüne Kleeblätter, Steinmauern, viele Steinmauern und viele Schafe, unendlich viele Schafe. Also wer in Irland war, der weiß es und ein unglaublich seltsames Grün, überall grün. Und ein sensationeller Christoph Strasser, so steht es dann in der Zeitung, gewinnt sein viertes Rennen im Jahr 2013, indem er das Race around Ireland nach 2170 Kilometer und 25.000 Höhenmeter gemeinsam mit seinen Betreuern erfolgreich beendet. Und genau in diesem Moment dieses Erfolges möchte ich euch mitnehmen. Man stellt sich vor, dass bei solchen Langstreckenrennen oft hunderte Leute im Publikum sind, im Zielstadion sind. Ich muss euch enttäuschen, wenn ein Sportler oft um 4 Uhr in der Früh, um 2 Uhr in der Früh nach einer Umrundung eines ganzen Landes quasi in das Ziel kommt, stehen dort meistens nur der Veranstalter, zwei, drei Pressefritzen und vielleicht noch ein, zwei handverlesene Menschen herum. Das heißt, es ist etwas, was man intrinsisch für sich selber auch machen möchte und machen kann. Ähnlich ist es auch für uns Betreuer natürlich, wenn wir bei so einem Rennen unterwegs sind, haben auch wir natürlich diese Erschöpfung und diese Belastung und diese anstrengenden Momente genauso wie mit den schönen Momenten, die natürlich auf so einer Reise erlebt werden, zu verarbeiten. Dann passiert es oft so, man fährt dann ins Hotelzimmer, in diesem Fall 2013 sind wir in einem kleinen Bauernhof nächtigend gewesen, dort sind wir dann in der Früh hingefahren, haben uns mehr oder weniger einmal erholt, ausgeschlafen und haben sehr glücklich und zufrieden unseren Sportler, den wir gut rund um Irland gebracht haben, ins Bett gebracht. Auch wir sind irgendwann einmal ins Bett gegangen, es wurde dann irgendwann einmal Abend und es war quasi für uns auch dann wieder Zeit, bereits für manche ans Schlafengehen zu denken. Ich war in solchen Elementen oft der Älteste, zumindest vom Alter und oft der Einzige Verheiratete und oft der Einzige mit Kindern auf solchen Abenteuern mit unterwegs und habe oft auch bei solchen Momenten und Möglichkeiten meine Fähigkeiten als Autofahrer, als nüchterner Autofahrer nutzen dürfen. Insofern bin ich aber auch ein Mensch, der gerne Freude und Spaß im Tun erlebt und wenn man Dinge für sich erfolgreicher abschließt, darf man diese auch feiern. Insofern konnte ich drei meiner Betreuer dazu motivieren, mit mir gemeinsam ins nahegelegene Dream zu fahren und dort diese Papp- und Disco-Atmosphäre zu genießen. Unser Mitleid gegenüber denjenigen, die zuerst nicht mitgefahren sind, hielt sich in Grenzen, denn relativ bald waren wir geflasht von dieser lässigen Atmosphäre. Es gab Feuer, es gab Tänzerinnen, es war gute Musik und es gab einfach eine unglaublich gute Stimmung. Also alles das, was das Leben und was Spaß machte, wurde von uns quasi aufgesogen. Das Mark des Lebens in uns aufnehmen, ohne am Knochen zu ersticken. Das war das Thema. Und insofern nutzte ich auch die Möglichkeit, mich aber dann irgendwann mal auch kurz zur Ruhe zu kommend an die Bar zu setzen, an den Tresen zu setzen und dort eine rosa-rote Industrie-Limonade eines großen internationalen Herstellers zu trinken, weil ich ja nüchtern bleiben wollte. Ich blickte über die Tanzfläche, ich blickte über die ganze Atmosphäre, als ich plötzlich eine äußerst attraktive rothaarige Dame entdeckte, die ihren Schritt auf mich zunahm. Sie kam näher und ich merkte in späterer Folge auch eine sehr selbstbewusste Dame, dass sie außergewöhnlich hübsch und dementsprechend mit Sommersprossen rothaarig geschmückt war, sie kam zu mir, blickte mir tief in die Augen, steckte ihren Finger in meine Haare, drehte meine Haare um ihren Finger und sagte zu mir, I never fucked a boy with long hair. Genau. Also ich hatte noch nie Sex mit einem Gurschen, mit einem Typen mit langen Haaren. Das war der Moment in meinem Leben, wo ich kurz einmal Schmähstaat war, also sprachlos war und ich durfte dann später mit der jungen Dame ins Gespräch kommen, um auch darüber zu erzählen, warum ich dieses Angebot dann letztlich auch nicht abnehmen oder nicht annehmen konnte. Manche von euch werden sich jetzt denken, um Gottes Willen, wieso hat er so ein Angebot abgelehnt? Manche werden sich denken, um Gottes Willen hat er es genau richtig erwähnt, manche werden sich vielleicht denken, warum erzählt er das hier in dieser Öffentlichkeit? Ich sage euch aus einem großen Grund, weil die große Frage ist natürlich immer, wie sie Richard David Brecht schon gestellt hat, beziehungsweise Gunter Schmitt aus der Hypnosystemischen Therapie. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wer, in welcher Identität, in welcher Rolle, mit welchem Mindset bin ich im Moment, wo ich das tue, was ich tue? Und ich konnte in diesem Mindset eine ganz klare Möglichkeit anbieten und ich möchte das euch später in wenigen Minuten auch als Workshop, Gedankenexperiment für euch selber anbieten. Ich gehe jetzt gedanklich sechs Schritte zurück, das geht sich rein optisch nicht ganz aus. Aber wer war ich denn mitten in Irland? ich war der Coach von Christoph Strasser, der Mentalcoach, das heißt, ich habe mir die Frage gestellt, wo bin ich? Was ist die Umfeldvariable? Also ich war in Irland, mit wem war ich dort? Mit Betreuern und mit Christoph Strasser. Wann war ich dort? Irgendwann einmal im Herbst, für ungefähr 14 Tage. Tag und Nacht, spätestens dann, wenn wir im Auto gesessen sind, um auf dieser mehrtägigen Umkreisung quasi Irlands, nonstop mit dem Fahrrad im Auto zu sitzen. Nächster Schritt nach vorne. Was habe ich getan als Coach, als Mentalcoach von Christoph Strasser? Ich habe gesprochen, ich habe geschrieben, ich habe zugehört, ich habe Entscheidungen getroffen, ich bin gesessen. Was wäre die typische Handbewegung, wie es Robert Lemke so schön fragen würde? Ich habe mit einem Bleistift das dokumentiert, was er auch an Nahrung zu sich genommen hat. Nächster Schritt nach vorne wäre meine Ebene der Fähigkeiten und Fertigkeiten. Nämlich die Frage ist, wie tue ich das, was ich tue? Was brauche ich dazu? Also ich brauche vielleicht die Fähigkeit der Ausdauer, der Ruhe, ich brauche die Fähigkeit zuhören zu können, ich brauche die Fähigkeit vernetzend, kooperativ zwischen den jeweiligen Betreuern auch denken und verhandeln zu können, ich brauche auch die Fähigkeit, meine eigenen Mimositäten hintanzustellen. Nächster Schritt nach vorne, die Frage nach warum. Also warum tue ich das, was ich gerade tue? Was sind meine Werte? Was sind meine Beliefs? für mich? Für mich ist es wichtig als Mentalcoach von Christoph Strasser, dass er gesund und sicher wieder ins Züge kommt. Das gilt aber auch natürlich für all unsere Betreuer. Für mich ist es wichtig, dass er fair spielt, dass alles auch eine rechtliche, saubere Geschichte ist, also Doping frei. Für mich ist es auch wichtig, dass wir einen Spaß haben dabei, dass wir Freundschaft leben können und vieles mehr. Ein Glaubenssatz dafür ist irgendwie if you can dream it, you can do it. Also wenn du es dir träumen kannst, so eine Wahnsinnsaktivität zu machen, dann kannst du es auch schaffen. Ich gehe nur einen Schritt noch vor. Wer bin ich in dieser Rolle? Mentalcoach von Christoph Strasser. Und wenn ich mich jetzt umsehe und hier meine virtuellen Realitäten neben mir auch stehen habe und ich habe heute schon ein bisschen was erzählt, nämlich ich wisse, ich bin in der einen Position auch Vater. Ich habe zumindest von meinem Sohn erzählt, drei Kinder habe ich insgesamt. Ich habe eine andere Realität hier, als Identität hier stehen, hier bin ich Ehemann. Ich habe eine andere Realität hier stehen, sonst wäre ich nämlich nicht Vater geworden mit dieser Frau, die quasi in meiner Ehemann-Identität neben mir steht, nämlich da bin ich der animalische Sexgott. Und ich habe noch eine andere Rolle, ich bin selber Sportler, ich bin selbst aktiver Sportler. Und es ist ja nicht nur das Bild quasi jetzt schon zu Ende, weil dieser Rahmen einfach nicht mehr Platz gibt, da gibt es ganz viele Identitäten, die auch nebeneinander hier noch stehen, die Identität, wo ich selber Kind bin, die Identität, wo ich einmal Musiker war, die Identität, wo ich einfach nur bester Freund meiner Freunde bin, als ganz normaler Mensch. Und die Frage ist aber dann, wie können diese Identitäten zusammen eines ergeben, dass man nicht in einen Rollenkonflikt, nicht in einen Identitätskonflikt kommt. Und die Frage ist, wie konnte ich dieses Angebot dieser unglaublich außergewöhnlich hübschen Dame ablehnen? Ganz einfach. Indem ich mir selber die Erlaubnis gegeben habe, aus in der Situation in eine andere, mindestens gleichwertige Identität zu rutschen, bei der ich mir aber auch eine Frage schon gestellt habe, nämlich, wenn alle diese Identitäten quasi auch nichts mehr sind, was ist es, was vielleicht noch wichtiger ist, als diese Rolle, als diese Identität, also diesen Schritt nach vorne zu gehen? Was gibt es, was noch wichtiger ist, als diese Identität? Was ist deine Spiritualität? Was ist eine Vision? Pathetische würden vielleicht sagen, was ist der Sinn deines Lebens? Und wenn ich das entdeckt habe, wenn ich das entdecken kann, auch wenn ich es vielleicht nicht in Worte fassen kann, dann kann ich mir den Erfahrungsschutz gönnen, mir diese Erfahrungen, die vielleicht in Worten definiert werden, in Bildern definiert werden, in Gefühlen, in Duft, in Farben definiert werden, integrieren zu können in eine darunter liegende Ebene und dann kann ich diese Rolle passend zu meinen Zielen auch wirklich erfüllen. Wenn ich das entdecken kann und quasi Probe wohnen kann in dieser Identität, meiner Rolle, dann wird diese Rolle umso intensiver, umso passender und umso wirkungsvoller. Ich lade euch ein zu einem kleinen Gedankenexperiment. Geht mit mir diese Schritte noch einmal zurück als Jugendarbeiter. Überlegt euch selber, wenn ihr Jugendarbeiter seid oder Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, Psychologe und ihr arbeitet mit Klienten, wo tut ihr das? Mit wem tut ihr das? Und wann? Wann sind quasi die Bürozeiten dieser Identität? Ist das in einem Turnusbetrieb, vier Stunden rund um die Uhr oder ist das nur neun bis fünfzehn oder neun bis siebzehn? Wann seid ihr in dieser Rolle? Mit wem seid ihr unterwegs? Arbeitskollegen und Klienten? Wie schaut es dort üblicherweise auch aus? Wenn ihr dafür für euch eine Beantwortung finden habt, geht es einen Schritt nach vor. Was ist eure typische Tätigkeit? Was tut ihr in dieser Rolle als Jugendarbeiter? Vermutlich reden, vermutlich zuhören, vermutlich auch schreiben, aber vielleicht gibt es noch irgendwas, was ganz spezifisch ist für diese Rolle nur für euch? Was ist euer Verhalten? Geht dann noch einen Schritt nach vor, wenn ihr das gefunden habt und achtet darauf, welche Fertigkeiten und Fähigkeiten braucht ihr dazu? Also wie tut ihr das, was ihr tut? Das ist die Ebene auch der Ressourcen. Was benötige ich, um Jugendarbeiter sein zu können, um mit Menschen arbeiten zu können? Wenn ihr dafür eine Antwort gefunden habt, geht wieder einen Schritt nach vor und überlegt euch, was sind die Werte eurer Tätigkeit als Jugendarbeiter? Was ist euer persönliches Warum? Auf was würdet ihr auch auf keinen Fall verzichten? Also was ist der Gegenteil? In unserem Leben realisiert sich alles erst im Bestand durch die Antipode, durch das Gegenteil. Wenn wir das für uns gefunden haben, dürfen wir den nächsten Schritt nach vorne gehen von unseren Beliefs, von unseren Glaubenssätzen, von unseren Werten in diese Rolle als Jugendarbeiter. Und macht euch vielleicht selber auch diesen Gefallen und auch wenn ihr vielleicht nicht persönlich jetzt da steht in Gedanken, nehmt doch wahr, welche Identitäten neben euch stehen. Vielleicht seid ihr Familienvater, Familienmutter, vielleicht seid ihr in einer bestimmten Art und Weise Sportler, vielleicht habt ihr noch eine andere Rolle in einem bestimmten anderen Hobby. Nehmt diese Identitäten neben euch einfach einmal wahr. Und wenn ihr es geschafft habt, diese Identitäten in Gedanken nebeneinander wahrnehmen zu können, geht wieder zurück in die Rolle als Jugendarbeiter und macht diesen Schritt nach vorne mit einer Beantwortung eurer inneren Frage, was gibt es noch, was für mich, was noch wichtiger ist für mich als Mensch? Was ist meine Spiritualität? Was ist mein Lebenssinn? Oder wie es manche Amerikaner vielleicht dann auch wieder sagen, Pursuit of Happiness. Was ist dein persönliches Streben nach Glück? Nimm einfach wahr, was du wahrnehmen kannst oder gönnest dir heute Abend noch einmal wahrnehmen zu können in einer ruhigen Minute. Was würde dann passieren, wenn du alles das, was du wahrnimmst am Lebenssinn zurückfließen lassen könntest in deine Rolle als Jugendarbeiter? Inwiefern würde sich diese Rolle sogar verändern? Inwiefern würde sie sich vielleicht erweitern, transformieren? Wenn du den nächsten Schritt nach unten gehst, in diese Ebene der Werte und würdest dieses Wissen aus deinem Lebenssinn in deine Werteebene, in deine Wertekategorie bringen, welche Glaubenssätze kommen vielleicht dazu? Was darfst du über dich selber wissen in dieser Rolle? Wenn auch dies hier sich in einer bestimmten Art und Weise verändern hat dürfen, achte auch darauf, wenn du noch einen Schritt weiter nach unten gehst, auf diese Ebene der Fertigkeiten und Fähigkeiten. Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten kommen vielleicht hinzu, dadurch, dass dieses Spirituelle, diese Vision, die Mission deiner Tätigkeit klarer geworden ist? Und dann, inwiefern kann im nächsten Schritt nach hinten auch dies Einfluss nehmen auf deine Verhaltensebene, auf deine Möglichkeiten im alltäglichen Tun Dinge tun zu können. Und dann auch im letzten Schritt dahinter auf dieser Ebene der Umwelt und Umfeld Faktoren. Wo kannst du das vielleicht gut nutzen? Oder wo ist das Erkennen von Lebensvision, von Lebenssinn vielleicht die Möglichkeit sogar dein Berufsfeld zu wechseln? Wo du früher vielleicht gedacht hast, Streetwork als Extrovidiertheit oder auch die Möglichkeit bei Tag und Nacht zu arbeiten? Vielleicht ist es genau jetzt der Moment, wo du erkennen kannst, dass das vielleicht genau richtig und passend sein kann. There is no road to happiness because happiness is the road. Ein berühmt berüchtigter Spruch, leider nicht von mir, viele tausende Jahre alt, als klassischer Spruch des Dalai Lamas. oder im Buddhismus angesiedelt, darf das Tun im Vordergrund sein und nicht nur die reine Erreichung von Zielen. Ich selber hätte wahrscheinlich nicht die Chance gehabt, quer durch Europa zu radeln und euch dieses Foto in diesem Tunnel mit Handycam zu schicken, wenn ich damals im Jahr 2013 nicht sehr klar in meiner Identität war und obwohl ich dort ja nicht in klassischer Bekleidung als Sportcoach von Christoph Strasser war, sondern in normalen Alltagskleidung und eigentlich ja auch in meiner Identität als animalischer Sexgott reagieren hätte können, habe ich reagiert in der Identität als Ehemann, als Vater, der sein Know-how to gewusst wie und Know-how und why Know-how why auch kennengelernt hat. Nietzsche hat es so schön formuliert, wer ein Warum hat, für den ist kein Wie zu schwer. Hier ist aber nicht dieses Warum des Anklagenden im Alltag gemeint, sondern hier ist dein persönliches Warum, mit dem du in das Leben eingegleistert bist, gemeint. Ich denke mir die gute Nachricht alles was ich jetzt an kleinen Gedankenexperiment kurz präsentieren durfte, kann man auch nachlesen in einem meiner Bücher. Für diejenigen, die es auch interessiert, darf ich auch jetzt noch ein kleines Gewinnspiel unter Anführungszeichen ankündigen und auch die Möglichkeit darstellen, wer Lust und Laune hat, dieses kurze Gedankenexperiment zur Findung und Positionierung deiner eigenen Rollen Identität. Diese Übung kann man wunderbar mit Jugendlichen machen, die kann man wunderbar mit Klienten machen, um für Ziele eine enorme Selbstwirksamkeit in der tagtäglichen Durchführung zu erreichen. Also alle diejenigen, die wissen wollen, wie das funktioniert, schicken mir kurze Skriptum darüber, damit ihr diese Übung für euch auch noch einmal nachvollziehen könnt und auch für euch selber durchführen könnt. Gut, also eine dieser verpassten Gelegenheiten haben letztlich genau diese bewusste Entscheidung verursacht, diese Gelegenheit an mir vorbeistreifen zu lassen, damit ich euch heute diese kleine aber feine Geschichte erzählen konnte. Ich würde euch gerne aber jetzt noch im Finale ein kleines Gewinnspiel offerieren und bitte einmal kurz zur Freischaltung meiner Powerpoint Möglichkeit. Genau, da habe ich auch schon den Johannes mit dabei, das freut mich besonders. Ich würde kurz mein Gewinnspiel benötigen und in dieser Art und Weise noch einmal kurz ausblenden, sodass wir die Powerpoint im Großen haben, dass wir diese neun Punkte gut sehen. Ohne Johannes bitte. Sonst gehe ich einfach aus dem Bild raus. Ja, genau, das ist am einfachsten. Gut, und in diesem Gewinnspiel geht es um genau das, was wir jetzt gerade 45 Minuten gemacht haben. Ich habe hier neun Punkte angeordnet, die auch so etwas sein können wie neun Rollenidentitäten in eurem Leben. Eure Aufgabe ist es, oder mein Wunsch an euch ist es, diese neun Punkte mit insgesamt vier zusammenhängenden Linien ohne den Stift abzusetzen zu verbinden. Diejenigen, die das schaffen und mir dementsprechend nachher im Anschluss eine E-Mail schicken, die gewinnen eines dieser Bücher, wo man hier das dementsprechend auch nachlesen kann, also die ersten vier, die es schaffen, denen schicke ich gerne ein Buch zu mit dazugehöriger persönlicher Widmung, bitte die Lösung des Gewinnspiels dann an tj at sportcoaching.net schicken und insofern darf ich damit eigentlich schließen mit einer Anmerkung, dass ich natürlich glaube, es ist risikoloser als Knospi zu verharren. Doch wenn eines Tages dieser Schmerz in der Knospi zu verharren größer wird und ich komme in die Bereitschaft zur Blüte zu werden, auch wenn ich weiß, ich werde irgendwann einmal verblühen und zu Kompost, dann hat man sein persönliches Warum gefunden. Insofern sage ich vielen Dank und ich freue mich auf die Einsendungen des Gewinnspiels. Danke, euer Jaklitsch Thomas. Ja, lieber Thomas, vielen herzlichen Dank für deine wirklich inspirierenden und zur Reflexion anregenden Worte und Ausführungen. Ich möchte Sie und euch noch einmal sehr herzlich einladen, sich am Gewinnspiel zu beteiligen. Wie gesagt, die E-Mail-Adresse, wo die Lösung hingeschickt werden soll, ist theodor Jaklitsch, also Thomas Jaklitsch, in Wahrheit, tj at sportcoaching.net Ich glaube, dass die Anna das mittlerweile auch schon in den Chat gestellt hat und die Fotos von eurer Lösungen würde ich bitten, in den nächsten zehn Minuten an diese E-Mail-Adresse zu schicken. Und dann kommt natürlich noch die Auflösung. Jetzt möchte ich aber auch keine Zeit mehr verlieren und gebe auch gleich weiter zu Anna und frage, ob Fragen im Chat oder auch im Facebook-Livestream aufgetaucht sind. Liebe Anna, wie schaut es aus? Also bisher waren noch keine Fragen im Chat. Es gibt natürlich jetzt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber ich glaube, die Zuseher und Zuseherinnen waren jetzt einfach so gepackt von deinen Erzählungen. Thomas, deswegen mache ich jetzt einfach mal weiter in der übrigen Zeit, die uns noch bleibt. Und zwar hätte ich eine Frage an dich und die wäre, was kann denn ich jetzt als Jugendarbeiter oder Jugendarbeiterin tun, dass diese spielerische den Jugendlichen so lange wie möglich erhalten bleibt, vor dem du im Vortrag gesprochen hast? Naja, so wie es vorher auch schon erwähnt hat, also manchmal ist so diese, es gibt ein Resonanz Phänomen. Das heißt, wenn ich natürlich als Jugendarbeiter schon auch mit dazugehörigen Ziellisten, Zielplanern, Kennzahlen, die natürlich meinen Stakeholdern auch geschuldet sind, in meinen Alltag hineingehe, dann verliere ich vielleicht auch selber meine dazugehörige eigene Neugierde und spielerische Zugangsmöglichkeit, die vielleicht ursprünglich dafür zuständig war, dass ich überhaupt diesen Beruf erwähle, im Sinne von Berufung. Also dieser Ruf ereilte mich. Also dieses Phänomen der Übertragung oder der Resonanz darf es durchaus geben. Wobei ich das nicht nur negativ sehe, in diesen Ziellisten oder in den Zielthemen zu arbeiten. Das kann natürlich auch total spielerisch und total angenehm vonstatten gehen. Also darüber kann man natürlich auch einiges in diesem Motivationsbooster nachlesen oder nachschauen, den ich im Jänner für Logo bereits gemacht habe. Aber ganz wichtig ist auch in der Erreichung von Zielen immer wieder daran zu denken, der Weg ist das Ziel und nicht das Resultat. Eines vielleicht ist aber auch eine Ermutigung. Viele Ziele werden deswegen nicht erreicht, weil sie zu klein gesteckt werden. Das heißt eine Ermutung auch an Jugendarbeiter, Jugendliche dazu zu inspirieren, große Ziele, große Visionen zu denken. Denn wenn ich auf dem Weg bin zu meinem Ziel und es ist ein kleines Ziel und es kommt dementsprechend ein Problem auf mich zu, ein Felsbrocken, der auf dem Weg zu meinem Ziel liegt, der verstellt mir den Blick auf mein Ziel. Wenn mein Ziel groß genug ist, deswegen auch diese Lenkung auf Visionen, auf höhere Identitäten, dann bin ich ganz einfach bereit oder viel eher dazu bereit, diesen Berg an Problemen zu überklettern, ihn zu unterhöhlen, ihn seitlich, links und rechts auszuweichen und ich kann weiterhin spielerisch am Weg zum Ziel erfolgreich sein. Danke für die Ausführungen. Im Chat sind noch keine Fragen, aber auf jeden Fall sehr gutes Feedback. Ich lese da vielen Dank für den super Vortrag, für die inspirierenden Worte, vielen Dank. Es ist noch die Frage aufgetaucht, welches Buch es zu gewinnen gibt, vielleicht magst du das nochmal wiederholen. Ja, sehr gerne, also grundsätzlich das Angebot auch tj sportcoaching.net mir ein E-Mail zu schreiben und ich schicke in kurzen Blättern gerne ein PDF an die dazugehörige Adresse, wo das nochmal nachzulesen ist. Aber diese sechs Punkte sind relativ einfach zum definieren. Quasi die Basis sind Umwelt, Umfeld Faktoren. Also Umfeld und Zeit. Also wann, wo und Personen, also mit wem sind dort die Fragestellungen. In der Stufe darüber darf das wesentlich sein, was ich als sogenannte Verhaltensebene definiere. Also was tue ich? Verhalten. Na, hängt ein bisschen. Verhalten. Was tue ich? Was ist meine typische Handbewegung? Um das zu beschreiben. Die nächste Ebene darüber definiere ich als Fertigkeiten oder Fähigkeiten Ebene oder auch als Ressourcenebene. Fähigkeiten. Die Ebene darüber wäre dann die sogenannte Ebene der Werte der Glaubenssätze. Hier frage ich indirekt nach dem Warum. Ebene der Werte der Glaubenssätze. Und die darüber liegende Ebene wäre dann die Ebene der Identität. Also hier darf ich die Frage stellen Wer bin ich? In dem Fall meiner Geschichte der Coach von Christoph Strasser, in dem Fall meiner Geschichte Ehemann, anderen Fall der Geschichte Vater. Wer bin ich? Identität. Und die darüber liegende quasi Spitze der Pyramide, wenn man sich das so vorstellen könnte, wäre dann eben diese Vision, diese Spiritualität, das höre ich. Vision, Spiritualität. Damit kann man das beschreiben. Der Hintergrund lässt sich organisationstheoretisch recht gut auch beschreiben. Das findet man auch in einer bestimmten Art und Weise bei den sogenannten neurologischen Ebenen oder logischen Ebenen von Organisationen wieder. Fucht auch ein bisschen auf dieser Einstein Annahme, dass Probleme und Schwierigkeiten niemals auf dieser Ebene gelöst werden können. Auf der sie entstehen. Das heißt, wenn ich Probleme in meinen Fähigkeiten habe, auf der Ebene der Fähigkeiten, muss ich an meinen Werten arbeiten, um in meinen Fähigkeiten besser zu werden. Wenn ich Probleme in meinem Verhalten Bereich habe, muss ich genau an diesem wie tue ich was an meinen Fähigkeiten arbeiten und so weiter.